Also, ich schicke Ihnen den YouTube-Link am Rest. Äh, meine alte Computer nur noch hält das aber nicht aus. Ich schicke Ihnen nur noch ein Bild. Ich mach keine Bilder, Steffi. Ich mach ja Filme. Kannst du schon schon davon machen? Das stimmt. Wenn jemand verletzt ist, frage ich mich, warum wir hier immer noch nicht reingesucht haben. Ähm, vielleicht müssen Sie ihn noch stabilisieren oder irgendwas? Ähm, ich glaub, wir den Luftschrauber berufen. Dann musst du, jemanden stabiliert zu kriegen. Steffi, nicht. Jeder, der verletzt ist, der ist sofort transportabel. Ja, eben deswegen wird ja ein Luftschrauber meistens berufen, weil es richtig, richtig schnell gehen muss. Ich meine mit transportabel wie, pack ihn auf die Baare. Das geht manchmal nicht. Ich guck mal von den Bösen, wo die da sind. Hm. Da liegt eine fliegende Menge unten. Was? Da liegt eine Menge unten. Da liegt ein Haarer. Ich mache eine Uhr. Das macht er eitter. Da ligger ein Haarer. Das macht er so billig.